Musik 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 Wir sind hier am Gangen Wir können Stand mit dem Sieg und Gemeinschaft auf Gyschew.de, Sante.de und wir sind Kaisers Wir bekommen neue Informationen auch an sich an die Informatik Also für ein kurzer ein Koppel Lounge und wir sind an einer Exkursion auf einer Party fotografiert in einer sehr haupten Party Die Fotos werden auf Internet gesellt, auf Facebook in einer engen Zeitung, die nicht ganz seriös hat die Foto geholt und sie hat sie dann publiziert mit einer Legend und sagen, dass die Jungen, die auf der Foto waren, komplett drogiert werden. So, in dem Kontext, wenn der Fotografiert geht, findet er den in Leid zu, die ist fotografiert und ein Foto zu lassen und ihr könnt euch auch verweichern, dass die Foto publiziert wird. In dem Kontext, wenn man so viel, wenn man auch so ein kleines Foto publiziert, wo alle legalen Informationen draufstehen, den könnt ihr euch bei euch kreieren. Ihr könnt den heute auch auf unserer Website finden, das ist www.krisis.eu. Ein Partenariat mit Luzi, die besitieren wir auch den Sicherheitskit für die Familie. Das ist ein ganz freundes Sicherheitskit für die ganze Familie, der drei abgedeilt ist. Das sind hier für Kana, für das Spielen, wie man das Internet umgeht. Das ist ein Informationsdeel für die Eltern, für das wissen, was ihr Kana überhaupt machen auf Internet. Und dann mit zu den Kursspielern, die sie mitnehmen können, zum Beispiel Haidito, Smilien, so ein Kontrakt, den sie zusammen können, erschreiben und so weiter. 2. 2. 3. 🎵 5. 10. 10. 10. 11. 12.